So, erst müssen die Beine weg, verstehst du? Und wehe, die fliegt jetzt. Erst müssen die Beine weg und dann müssen die Kanäle weg. Dann müsst ihr die umdrehen. Von hier müsst ihr anfangen. Und dreht hier wieder so rum. Wie? Schau, was auch am Brille ist. Okay, man hat dann manchmal Kanäle. Wo denn, wo denn? Ich habe auch ein paar Brille. Ich hatte ja ungefähr ein Brillentuch. Die Kanäle hat ein Brillentuch. Okay, machen wir mal weiter. Jetzt sehe ich weniger, weil ich habe jetzt der Kanäle auf der Brille. So, pass auf. So und so. Und so und so. So, sehr Frischung geschafft. Der Schwanz. Nee, den macht man lieber anders. Warte, jetzt nicht mal hier. Inge, du wolltest doch etwas in Deckung drehen, weil die Garnele ist sehr eigenwillig. Das ist gut auf YouTube. Eine Million Viewer. Oh, das ist ein Abfall. Das sieht man gar kein Geld. Ha, hier, hast du gesehen? Pass auf, jetzt ist das nur noch ein Klacks. Eigentlich ist das mit dem Schwanz jetzt noch... Tadam. Gut. Tadam. 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 Tadam.